hier geht es zum institut genau jetzt gibt es wieder hier sehr viel zu entdecken müssen wir mal gucken dass wir wieder alles schoßwander des herzogs ist strategisch wichtig für den inneren zirkel des herzogs mehr hat man mir nicht gesagt sie wissen ja wie es läuft wir befolgen nur befehle verstanden da muss ich das heißt wir werden jetzt erst einmal wieder die komplette gegend da rechts rum absuchen bevor wir nach links weiter gehen denn ich würde echt gerne bloß nicht an die blitze kommen wieder höchste ich habe miss pastor erzählt dass sie uns nicht in die bahn lassen ich habe was gehört ich sehe lieber nach also mal sehen was war es ich schaue mich hier auf was ist da jemand es kam von hier mal sehen ich hätte genau hier jemanden gesehen sehen wir uns lieber um was verdammt mein helm ich frage mich wer das war beim haarigen arsch des outsiders ich schlage ja keine frauen aber von absprechen hat keiner was gesagt sie hat keine munition mehr scheiße das hier ist ein ende dein kopf bringt naja theoretisch glück gab war bevor die bullen gerufen hätte der sack oder die verstärkung oder was auch immer er da getan hätte hat auch noch gelockt okay jetzt hat es gerade ziemlich geleckt leider sie hatte doch eine knarre bei sich aber ich will kein geld ich brauche muni keine muni mehr keine muni mehr fähigkeiten fangen wir oben wieder an ne ok aber warte mal sehr seltsam auf jeden fall dass es ab und zu mal wirklich laggt aber ich denke das ist noch zu verkraften was haben wir denn jetzt gelandet auf einem dach ach auf dem dach um nach aha ok naja das bringt uns ja nix jetzt laufen wir mal weiter hoch schön dass da ende war hat sich gelohnt notiz von doktor dypatin oder so was haben wir denn hier oh bitte 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 lass jetzt da nicht das ding drin sein warum habe ich es jetzt irgendwie geahnt ich hab's aus irgendeinem grund vermutet tja Einsatz mit x das war wohl nix hm dem ist auch scheißegal ob ob ich den laden da zerkleine oder nicht der dach ja der dach ja aber gebrauchen kann ich nix davon ne total läppsch ok da muss ich gleich rein so mal sehen so mal sehen ah das finster kann ich nicht doch doch Ich guck mal kurz durch die Wände. Oh. Ach, scheiße. Warum sitzt der denn jetzt da so? Hm. 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 Kein Kabelwerkzeug verfügbar. Ach, ich brauch dafür Kabelwerkzeug. Einfach mal Messer rein und gib ihm. Wer ist da? Ich hoffe schwer die versetzen mich. Wer ist dringend in ein anderes Stadtviertel. Ich sehe doch keine Gespenster. Oh. Stimmt was nicht. Oh. Oh. Schuhe. 장 Schuhe. Nahaha. Schuhe. jemand? Hallo? Ist da wer? Muss ich dich jetzt suchen, komm. Ich hab keine Zeit für sowas. Gefällt mir nicht. Ich seh mich mal um. Was? Ich brauch hier drüben Hilfe. Was? Ich komme! Nein, verdammt! Boah, und da springt er nochmal hoch. Ey, sie ist so geil, die Alte, ne? Jetzt haben wir wenigstens den Raum gecleared, wahrscheinlich. Ähm. Wow. Defekter Motorschild. Ey, wir haben jetzt wahrscheinlich für nix den Raum hier gecleared, aber... ...schöner zu wild, ne? Ich seh mich mal um. Boah. Nein, hier ist keiner. Hallo. 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 Ich bin mir fast sicher, dass hier was war. Ich bin mir fast sicher, dass hier was war. Ich bin mir fast sicher, dass hier was war. Du kriegst ja bald Essen. Nächstes Mal. Na ja. Wir müssen mal kurz warten, bis wir den abstechen können. Dann haben wir den gecleared, dann können wir uns um den da oben kümmern, so der kommt ja jetzt eh. Oh. Ganz schnell weg. Also mal sehen. Das war's. Ah. Ah. Ja, definitiv nicht drankommen. Ich geh mal wieder meinen... Cooler Wagen. Irgendwann finden wir dich. Ja. Also... Du findest mich jetzt, dreh dich mal um. Da bin ich. Du. Sehr schön. Alles gekriegt. Alles eingesammelt. Ich denke mal, wir können jetzt getrost hier weg gehen. Ich denke selber, ich habe noch massig was verloren, aber ich denke mal, das meiste haben wir ja wirklich jetzt gefunden, oder? Zum Andermal Institut begeben. Ja. Ich denke schon, oder? Ich denke, wir haben alles. Ja, ich habe alles mögliche jetzt in jedem Raum durchsucht, gemacht. Reicht. So, dass ich sage, ich hatte Spaß. Schön. Jetzt kann ich ein bisschen nochmal die Stadt schauen. Hier schön. Das Walblut durch die Straßen fließt. Herrlich. Herrlich. Da. Das ist auch schon die Mission. Mal sehen. Gesamter Chaosfaktor hoch. Zivilisten getötet. Einen. Ja, ich habe nur diese alte Frau... Ne. Diese eine Frau, die Hässlige, gekillt. Weil die mir tierisch auf den Sack ging. Gegner getötet. 35. Insgesamt. Ja, gut. Danke. Ähm. Barmherzig. Niemanden getötigt. Achso. Ich bin wohl so auf Barmherzigkeit, wa? Ich glaube, ich habe einen falschen Charakter genommen. Aber ganz ehrlich. Im Schleichmodus komplett da durchkommen? Ne. Ne. Okay. Das kann nur funktionieren, wenn ich nichts einsammle. Schleichen. Alarm ausgelöst. Da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Da hatte ich ihn ja noch schnell erwischt. Ähm. Leichten entdeckten 19. Ich weiß nicht, ob das gut oder wenig ist. Äh. Nie entdeckt wurde ich. Leider wurde ich ja ein paar mal entdeckt, wenn ich halt was hatte. Entdeckungen 28. Das ist in Ordnung. Nicht ganz so tödlich diesmal. Diesmal war ich zwischen Angriff und tödlich aus. Also, ne. Richtig hardcore. Runen 6 von 10. Wie gesagt, die 4 Stück da, die hatte ich halt leider gar nicht gefunden geschafft. Weil das... Ach, die Mission war ich jetzt 1 Stunde 35 Minuten dran. Das ist immer cool zu sehen, wie lange man dran war. Äh. 6 von 10. 4 Stück. Wie gesagt, waren ja ein paar im Tresor. Da konnte ich die ja nicht raus. Und eine musste ich sogar kaufen. Da habe ich gesagt, das Geld verwahre ich mir. Äh. Outsiderschreine. Wusste ich ja nicht, dass ich 2 entdeckt habe. Aber ist ja nicht so schlimm. Äh. Knochenartefakte 5 von 6. Das ist wohl auch in Ordnung. Das ist ja der Ei. Eine, der jetzt gerade zum Schluss in dem Safe war. Münzen. 701 Münzen entdeckt von 3354. Ja, müssen Münzen in der äußersten Ecke irgendwo am Arsch der Welt liegen. Gemälde 1 von 4 leider nur entdeckt und Baupläne 0 von 2. Schade eigentlich. Aber ich meine, man kann ja immer wieder mal zurückkommen später, wenn man nichts mehr zu tun hat dann. Ähm. So. Dann machen wir mal weiter, würde ich sagen, oder? 3. Die gute Frau Doktor. Eliminiere den Kronenmäuschler, der deine Feinde ermordet, um dich schuldig erscheinen zu lassen. Feinde, äh. Finde deinen alten Verbündeten Anton Sokolov, der zuletzt gesehen wurde, als man ihn zum Blablabla trug. Alexandria Hypatia, die das Institut leitet, sollte mehr wissen. Okay. Das Edermeier Institut für Infektionskrankheiten. Alexandria Hypatia, leitende Alchemistin. Früher mal ein Solarium, in dem Adlige ihre vermeintlichen Krankheiten auskurierten. Jetzt ein Ort für alchemistische Forschung. Der Kronenmäuschler tötet in meinem Namen, das muss aufhören. Dr. Hypatia soll brillant sein. Aber wenn sie etwas mit den Morden zu tun hat, wird sie dafür bezahlen. Ja, es sieht sehr abgelegen aus. Also es führt dann nur einen Weg rein, einen Weg raus. Sehr schön auf jeden Fall, finde ich, zur Zeit, dass man an verschiedenen Orten gelangen kann und nicht nur in einer Stadt ist, so wie in dem ersten Teil. Das ist schon sehr, sehr cool. Ich bin echt gespannt, was uns da alles mögliche erwartet. Ich freue mich schon, wenn ihr natürlich einschaltet und mit dabei seid. Und mir ab und zu mal ein nettes Lob oder ein nettes Abo geht. Da freue ich mich natürlich auch immer. So, feindseliges Gebiet. Sprich, auf Deutsch, wirst du entdeckt, gibt's auf die Fresse. So, wir gucken erst mal direkt nach unserem Herzen. Ach du Scheiße. Ohne Knochen, ohne Ruhe. Woher spricht. Vor ein Kriegsgericht gestellt und inhaftiert. Direkt unter uns, warte mal. Warte mal. Da komm ich doch wohl irgendwie da. Blutopfer. Wir lesen uns mal kurz das Blutopfer durch. Beim Töten von Blutfliegen oder Ratten hältst du neue Gesundheit. Ja, das klingt ganz cool. Ablegen. Ja, müssen wir mal gucken. So, das haben wir jetzt schon geschafft. Jetzt muss ich aber wieder... Ach ja. Ja, oder direkt hoch. Ähm... Ja, dass du dich die Wände sehen, ist noch ziemlich kacke gemacht. Irgendwie, man sieht nur so einen komischen Schleier die ganze Zeit. Das irgendwie nervt wirklich. Ähm... Ah, okay. Das finde ich cool. Okay, pass auf. Wir markieren uns das mal. So. 34 Meter, 62 Meter. Dann würde ich sagen, dass das natürlich das nächste, was mir jetzt in den Sinn kommt. So. Wir arbeiten scheinbar wieder am Warnbeleg. Sollen wir mal nachsehen? Ah, die sorgen schon dafür, dass alles gut wird. Da kommt keiner mehr. Aber man kann nie wissen, ob der Herzog nicht jemanden schickt, um nach dem Rechten zu sein. Die Frage ist, wird da hinten was sein? Aber weil... Weil man da halt... Ach ja, da ist ne Luke. Warte mal. Ich könnte jetzt... Da komme ich schon noch hin. Leise, Mensch, Mädel! Du bist jetzt aus der Leiche? Ich hab dir immer den Hunden gegeben, aber ich darf nicht mehr zu den Zwingern. Dann fahren sie gegen die Rappen. Hör auf damit. Die Zeiten sind schlimm genug, auch unten... Ach, guck mal. Komm, komm ich an. Also sind überall hier versteckt auf jeden Fall. Das stimmt was nicht. Wache! 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 Was? Lassen Sie mich! Was ist denn los? Wir hauen mal wieder nach vorne ab. Ich könnte zwar die Wache killen, aber... Ich glaube, ich habe was gesehen. Ich frage mich, wer das war. Mach doch. Oh, das ist ja ein cooler Move. Habt ihr es gesehen? Das konnte Corvo zum Beispiel nicht. Na doch, mittlerweile bestimmt schon, aber... Das war ein geiler Move. Okay. Jetzt wieder auspacken. Was war das denn? Da vorne, 18 Meter. Da vorne dran, okay. 44, 52. Hm. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Das war der noch mal gut abgenippelt. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, das ist im Raum. Das schaffen wir. Äh, wir müssen nur halt den Kerl da wegkriegen. Hm? Ich hätte auf Mama hören und Friseur werden sollen. Was so? Halt! Signal! Ruf es nirgendwohin! Auf hier, Kommandant! Ich fliege dich schon! Fliege! Lass los! Halt los! Halt los! Der fliegt! Er fliegt! Nein! Alter! Was ist denn da rum zu retten? Ich greife hier unten! Döcke! Ich darf den Knie! Da bringe ich dich auf! Glaubst du, ich habe Angst? Boah! Boah! Leute, jetzt geht die Katastrophäe. Boah! Okay, wir wissen aber jetzt eins, wissen wir schon mal. Es sind viel zu viele Leute dort. Und, ähm, da müssen wir ein bisschen drauf aufpassen. Scheiß die Wand an, ey. Wahnsinn. Ja, nochmal da. Ich steche die Frau diesmal direkt ab, ey. Wer tot ist, sagt man so schön. Kann auch nicht sprechen. Noch neue Stiefel. Das passt nun nicht gut. Sorry, Mann. Aber das Risiko ist mir einfach zu hoch. Ich brauche einen Schlüssel. Ich brauche einen Schlüssel. Aber ich würde gerne mal gucken, habe ich jetzt das Ei, eine Ding überhaupt bekommen dadurch? Das weiß ich gar nicht. Ach, dieser volle Schub. Warum kann ich nicht meine eigenen Sachen tragen? Hm, ich glaube, da war was. Sie waren dringend Ärger. Sie kommt nicht weit. Sie ist weglos. Alter, was ist hier denn? Ich bin schon. Woher kommen die denn alle her? Ey, Leute. Ey, Leute. Ich krieg die Krise. Wir beenden jetzt den Spaß hier erstmal. Ich muss für jetzt erstmal abreagieren. Schon zum zweiten Mal hintereinander jetzt abgenippelt. So komisch. Das lassen wir jetzt lieber mal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Murex.